Es läuft für Kamala Harris. Das Wahlkampfteam der voraussichtlichen Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten hat nach eigenen Angaben bereits Spenden in Höhe von 200 Millionen Dollar erhalten. Das entspricht etwa 184 Millionen Euro. Und das innerhalb von nur einer Woche, seit sich US-Präsident Joe Biden aus dem Rennen zurückgezogen hat. Bei den Gebern der US-Vizepräsidentin handele es sich überwiegend um Erstspender, hieß es am Sonntag. Am selben Tag begann der Endspurt der letzten 100 Tage vor der US-Präsidentschaftswahl im November. Harris verkürzte in einer neuen Umfrage zufolge den vorherigen Rückstand der Demokraten zum republikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump auf nur zwei Punkte. Demzufolge nahm die Unterstützung unter schwarzen Wählern, jungen Menschen und Latinos zu. Die Demokraten wollen bereits Anfang August über Harris' Kandidatur abstimmen. Analysten warnen jedoch vor zu großem Optimismus. Trump befände sich in einer weitaus besseren Position als zu einem ähnlichen Zeitpunkt bei der Wahl im Jahr 2020, die er dann gegen Biden verlor. Trump befindet sich in der Welt. Trump befindet sich in einer weitausenden Position als zu einem ähnlichen Zeitpunkt bei der Wahl im Jahr 2020, die er dann gegen die Falle und nach der Wahl im Jahr 2020, die er dann gegen die Falle und nachdem mit der Wahl im Jahr 2020, die er dann gegen die Falle und nachdemokratie übergel. Untertitelung des ZDF, 2020